Herzlich Willkommen! Ich möchte Ihnen in diesem Blog jetzt einen vierten Gegensatz nahe bringen. Sie erinnern sich, dass ich in einem der vorherigen Videos Ihnen gesagt habe, dass es im Großen und Ganzen drei große Gegensätze gibt, mit denen wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler regelmäßig konfrontiert sind. Auf der einen Seite wollen wir selbst forschen, auf der anderen Seite wollen wir verwerten. Auf der einen Seite tun wir das in einem Mitgliedsstaat und auf der anderen Seite tun wir das in Europa und letztlich auf der einen Seite tun wir das als Individuum, die wir auf der anderen Seite Angehöriger einer Institution sind. Heute kommt ein vierter, wahrscheinlich der allerwichtigste Gegensatz hinzu. Das ist nämlich der Gegensatz, dass wir rechtlich gesehen immer auf der einen Seite etwas aus einem Herkunftsstaat heraus tun und auf der anderen Seite mit dem, was wir tun, häufig auch einen Zielstaat, einen anderen Staat erreichen wollen. Das kann in Ihrer persönlichen Biografie beginnen. Sie beginnen zum Beispiel Ihre wissenschaftliche Karriere in Österreich und gehen dann irgendwann als Postdoc oder als Professorin nach Deutschland oder nach Irland oder in die Schweiz. Dann nehmen Sie Dinge aus Ihrer Herkunft mit in Ihren Zielstaat. Das kann für Sie als Universität gelten. Sie kommen als Universität aus Wien oder aus Zürich oder aus Berlin und wollen Ihre Angebote aber auch für Studierende aus irgendwelchen anderen Staaten attraktiv machen oder gehen mit Ihren Angeboten vielleicht sogar ins Internet und adressieren damit gezielt Studierende aus anderen Staaten. Und es kann letztlich auch für die Wissenschaftsorganisation insgesamt gelten. Wir produzieren ununterbrochen Wissen einerseits in einem bestimmten Herkunftsstaat, wollen damit aber immer alle anderen Staaten auch erreichen, also in einen Zielstaat hinein und wirksam verbreiten. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie würden morgen nach unruhiger Nacht erwachen und nicht wie bei Kafka ein Insekt Recht sein, sondern eine Rechtsordnung, vielleicht sogar eine mehrere Staatenüberspannende Rechtsordnung, dann wären Sie vor einem elementaren Dilemma in dieser vierten Gegensätzlichkeit, nämlich vor dem Dilemma, dass Sie allen Angehörigen, deren Verhalten Sie regulieren müssen, ausrichten müssten, ob das relevante Recht jetzt das ist des Herkunftsstaates, also dort, wo die Leute, die Inhalte, die Kurse herkommen, oder ob das relevante Recht das ist an der Adressaten des Zielstaats, also das, wo man hingeht, das, wo man Menschen erreicht, das, wo Wissen dann weitergeteilt wird. Und die schlechte Nachricht, die ich Ihnen da jetzt leider überbringen muss, ist, es gibt leider nicht die Antwort, dass immer das eine oder immer das andere relevant wäre, sondern es kommt sehr stark auf das jeweilige Rechtsgebiet und auf das jeweilige Rechtsproblem an, auch letztlich auf die individuelle Situation jeder Forscherin oder jedes Forschers. Es hat allerdings diese Frage, geht es jetzt um das eine oder um das andere, sehr handfeste Auswirkungen auch letztlich auf Karriereentscheidungen und auch auf Publikationsentscheidungen. Lassen Sie mich das ganz kurz erläutern. Wenn Sie in einer derartigen Konfliktsituation zwischen dem Herkunfts- und dem Zielstaat sind, dann hat das, wie ich gesagt habe, auch schon Auswirkungen individuell in der jeweiligen Karriere. Also zum Beispiel, wenn Sie so wie ich, ich habe das mal in meinem Leben getan, entscheiden, dass Sie aus Österreich nach zehn Jahren Tätigkeit als Assistent in Österreich nach Deutschland gehen, um dort eine entsprechende Position einzunehmen, dann hat das schon in Ihrer sozialrechtlichen Situation Auswirkungen. Zum Beispiel können Sie Ihre in Österreich einbezahlte Altersvorsorge nicht ohne weiteres nach Deutschland mitnehmen. Wenn Sie also sowas tun, dass Sie von Österreich nach Deutschland gehen oder in die andere Richtung gehen, dann kaufen Sie damit mit ein, dass Sie später, wenn Sie in Rente oder in Pension sind, nicht eine Altersversorgung erhalten werden, sondern zwei, weil Sie Ihren Herkunftsstaat auf der einen Seite haben und Ihr Zielstaat dann Ihr neuer Herkunftsstaat wird. Das gilt nicht nur für die Altersversorgung. Es gibt ähnliche Probleme, zum Beispiel auch, wenn Sie dann anfangen, mit Ihren Universitäten oder Ihrem alten und Ihrem neuen Arbeitgeber zu verhandeln. Wenn Sie also Bleibe- oder Berufungsverhandlungen führen, dann ist es regelmäßig auch so, dass die Bleibeverhandlungen nach den Regeln klarerweise des Herkunftsstaats geführt werden und die Berufungsverhandlungen nach den Regeln des Zielstaats und auch hier dann durchaus relevante Unterschiede bestehen können. Zum Beispiel, wenn Sie aus Deutschland nach Österreich wechseln, von einer Professur aus Deutschland nach Österreich, dann ist das typische Dilemma, vor dem Sie stehen, dass Sie in Deutschland verbeamtet sind, also nach deutschen Regeln dann eine Altersversorgung als Beamtin oder als Beamter haben, einen Kündigungsschutz haben etc. und dass Sie nach Österreich wechseln in ein privatrechtliches Dienstverhältnis, also so ein klassischer Dienst- oder Arbeitsvertrag, der sich dann eben aus Ihrer Perspektive nach dem Zielstaat richtet. Sie müssen dann abwägen, und es ist eine gute Idee, nach Österreich zurückzuwechseln, aber Sie müssen abwägen, wie viel ist Ihnen die Aufgabe dieses aus dem Herkunftsstaat kommenden Rechtsposition des Beamten oder der Beamtin wert in der Abwägung der Berufungsverhandlungen dann in Österreich. Umgekehrt gilt übrigens das Gleiche, wenn Sie jetzt also aus Österreich nach Deutschland wechseln, dann wechseln Sie aus einem Typ, wenn Sie jünger sind, aus einem privatrechtlichen Dienstverhältnis in eine beamtenrechtliche Position. Ist auch nicht immer einfach. Zum Beispiel ist ein Aspekt der beamtenrechtlichen Position der, dass man Ihre Gesundheit relativ genau prüft, bevor man sie in eine Beamtenstelle in Deutschland hineinlässt. Auch etwas, was man hier vielleicht aus österreichischer Perspektive nicht unmittelbar erwarten würde. Vielleicht wichtiger für alle, nicht nur für die, die wechseln, ist, dass man diese Unterschiede zwischen Herkunfts- und Zielstaat jetzt nicht nur in der individuellen Karriere wiederfindet, sondern natürlich auch in dem, was man im Rahmen einer individuellen Karriere produziert. Also, die Inhalte und die Dienstleistungen, die produziert werden. Ein wichtiger Beispielsfall dafür zum Beispiel ist der folgende. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben ein Buch, Sie schreiben dieses Buch als Urheberin oder als Urheber und Sie kommen dann darauf, dass Ihre Urheberrechte irgendwo in Deutschland, Frankreich oder Italien verletzt werden, weil irgendjemand Ihr Buch plagiert hat. Dann wäre es so, dass man Ihnen antworten würde, dass im Urheberrecht das sogenannte Zielstaats- oder Marktortprinzip gilt. Also wäre dann italienisches oder französisches oder griechisches Urheberrecht anwendbar, nicht Ihr österreichisches oder deutsches Urheberrecht. Also, im Urheberrecht gilt Zielstaat, Marktort. Stellen Sie sich zweitens vor, Sie würden einen sogenannten Dienst der Informationsgesellschaft betreiben. Das ist grob gesprochen eine Anführungszeichen kommerzielle Website. Ja, also Sie produzieren nicht ein Buch, sondern Sie stellen Ihre Inhalte ins Internet und machen einen Dienst der Informationsgesellschaft. In diesem Dienst der Informationsgesellschaft gilt jetzt allerdings seit einer Richtlinie übrigens. Was das ist, habe ich in einem vorherigen Video erklärt, seit einer Richtlinie übrigens, nämlich der E-Commerce-Richtlinie seit dem Jahr 2001, das sogenannte Herkunftslandprinzip. Also das Prinzip, dass man sich bei einem solchen Dienst der Informationsgesellschaft nach dem Recht des Herkunftsstaates orientieren muss und nicht nach dem Recht des Zielstaates. Und die Dinge werden dann kompliziert, wenn diese beiden Prinzipien konfligieren, also zusammenprallen. Also Sie machen einen Dienst der Informationsgesellschaft und verwerten dort urheberrechtlich geschützte Werke Dritter. Ja, also plagiieren. Dann würde man die Antwort geben müssen, gewinnt jetzt das Prinzip des Herkunfts oder gewinnt das Prinzip des Zielstaates. In dem Fall übrigens der Zielstaat. Also bei Urheberrechtsverletzungen ist Zielstaatsprinzip am Ende gewinnend. Für heute mag aber genügen, dass Sie diese Konfliktmöglichkeit verstehen und dass Sie auch verstehen, dass es wichtig ist, diesen Konflikt mit zu bedenken, wenn Sie sich über Mobilitätsfragen Gedanken machen. Also wenn Sie sich dann wirklich überlegen, ob Sie persönlich oder mit Ihren Inhalten von Deutschland nach Österreich oder umgekehrt oder irgendwo in einen Drittstaat wechseln. Dann müssten Sie jeweils nach Ziel- und Herkunftsstaat differenzieren und müssten das dann jeweils in Bezug auf Urheberrecht, Informationsgesellschaftsrecht, Patentrecht etc. ausjudizieren lassen, wenn Sie streiten wollen. Hoffentlich müssen Sie nicht streiten, dann lassen Sie sich einfach beraten. Ein Aspekt, den man auch noch mit hinzuziehen muss, der rechte Inhaber, also der, der am Ende darüber entscheiden muss, ob jetzt Zielstaat, Marktstaat etc. relevant ist, ist nicht notwendigerweise immer dieselbe Person. Das ist nicht immer der, der das Wissen auch generiert hat. Das ist je nach Rechtsgebiet verschieden. Im Urheberrecht ist es zum Beispiel relativ einfach, dazu komme ich etwas später. Da ist der zunächst einmal Primärberechtigte der, der das Werk geschaffen hat. Im Patentrecht ist die Situation schon komplizierter, da ist es sehr häufig der Arbeitgeber. Und im Datenschutzrecht ist es überhaupt ganz kompliziert. Da ist es nämlich typischerweise der, dessen personenbezogene Daten verarbeitet werden, der Betroffene und nicht der, der die Daten verarbeitet. Da kommt also dann hinzu, zu dem, der die Informationen verwertet. Jemand, der Interessen daran hat, aber nicht deswegen, weil er was getan hat, sondern deswegen, weil von ihm die Rede ist, weil es um seine oder um ihre personengezogene Daten geht. Das hat Auswirkungen auf die Mobilität. Die gute Nachricht, die Ihnen da mitgeben kann, ist, wie man an Beispielen wie meinem, aber an vielen anderen aussieht, lassen sich diese Probleme allerdings lösen. Nur am besten gleich am Beginn damit beginnen. Dankeschön.